Wohin fahren wir, Charlotte? Sag mir jetzt, wohin wir fahren? Verdammt, doch mal, Charlotte, wohin fahren wir? Es ist einfacher zu erklären, wenn ich's dir zeige. Habt ihr sie gefunden? Wer hat sie gefunden? Wir haben sie gefunden. Beide. Sie sind nicht tot. Sie leben. Aber sie sind nicht hier. Was heißt denn das? Sie leben, sie sind nicht hier. Es ist besser, wenn du's mit deinen eigenen Augen siehst. Es ist besser, wenn du's mit deinen eigenen Augen siehst. Was macht ihn hier? Was soll denn das, Charlotte? Du hast gesagt, du glaubst, dass Mikkel in der Höhle war. Du hattest recht. Mikkel war in der Höhle und Ulrich hat ihn da gesucht. Aber da war etwas in den Höhlen. Eine Art Riss in der Zeit. Wollt ihr mich verarschen? Was soll die Scheiße hier? Wo sind Mikkel und Ulrich? Katharina, es stimmt, was sie sagen. Du hältst deine Fresse! Keiner hat euch um deine Meinung gebeten. Charlotte hat recht. Mama? Noch einer. Wer bist denn du? Bist du ihr Neuer? Ich bin Jonas. Ihr Sohn. Und dein Enkel. Das ist ein Bestand-Meishier. Ich bin Jürzerli. Ihr утf.